Es geht weiter bei Tomb Raider 3. Wir sind immer noch im Küstendorf, haben hier gerade mal die Klappe auf dem Boden geschlossen, wo uns die bösen Stachen vorher vorm Fortkommen abgehalten haben. Und Lara ist immer noch leicht bekleidet hier unterwegs und prügelt sich durch die Gegend, muss ich sagen. Innerhalb der Dörfer, äh, innerhalb der Dörfer, es gibt nur ein Dorf hier, aber innerhalb der ganzen Häuser hier sind verschiedene Sachen. Manchmal aber auch keine. Es ist, es ist, hier gibt es eine Menge zu erkunden. Haha, wow, alter Filet. Das war aber, dass die beide zeitgleich ankamen. Jetzt hätten sie sich abgesprochen. Also ein Hinterhalt. Aber dank einfacher Rücksprinte, Rückstupseltechnik, ist alles kein Problem. Hoch kommen wir da wahrscheinlich überhaupt kein Stück weit. Auch hier, da ist eine Leiter hier, guck mal. Die ist aber schwer sichtbar, will ich mal behaupten. Ich weiß gar nicht, ob wir die überhaupt benutzen müssen. Ein Teil, na, wir können die später mal benutzen. Da gibt es, nicht auf den Hinterhalt schauen, sondern da drüber, obwohl auf den Hinterhalt kann man, naja, pff. Äh, die Leiter, die Luke da oben ist geschlossen, die man sehen kann. Hä? Da muss es bestimmt noch einen Schalter hier geben in der Gegend, ansonsten wäre das ein wenig gemein. Wenn einfach ein geschlossener Ding in der wäre. Es wäre, okay, hier ist noch, hier sind Fackeln. Ähm, die Frage ist halt, wo ist dieser Schalter dann in dem Augenblick? Muss es ja irgendwo geben. Ich frage mich, ah, okay, ich wollte gerade sagen, ich frage mich, ob man hier hoch kann, aber das kann man anscheinend schon. Trotzdem gibt es hier erstmal nichts, ne, so wie ich das hier sehe. Auf die Dächer direkt kann man wahrscheinlich nicht. Da hinten sind ziemlich viele Stacheln, die sehr ungesund aussehen. Also, dass wir da unbedingt reinfallen wollen. Ich glaube, da sollten wir nicht unbedingt hin. Wir kommen jetzt gerade... Das ist ein Secret? Äh, warum ist das denn jetzt hier ein Secret? Und andere Sachen? Äh, oh, oh, hallöchen, junger Mann. Na, so ordentlich Sommerbräune getankt. Ja, hat er gesagt, er hat mir zugestimmt. Ja. Oder das war gerade ein Rockstar, kann ja auch sein. Ist ja gesagt, yeah. Aha. So, ähm, was ich sagen wollte, das ist, also so versteckt kam mir das jetzt nicht vor. Ich hab's, ich hab's nicht mal, also ich fand das ganz normal gerade. Ob das, ne, selbst das hier, das ist halt doch einfach, man geht zur Seite hin und dann ist man da. Was soll da denn jetzt ein Versteck sein? Da gibt's andere Stellen, die viel schwieriger zu finden waren. Meiner Meinung nach. Und die dann viel weniger versteckt waren, also genau gar nicht. Na, hier latscht man einfach lang. Guckt sich hier um und merkt, hinter dem Baum ist, da ist noch ein Versteck. So. Wie immer auch sei, es mangelt an Schaltern wahrscheinlich. Da sind wir zwar hergekommen, aber es fehlt noch was. Da oben geht's noch nicht weiter. Kann man hier weiter irgendwie drauf kommen auf diese, auf diese andere Ebene hier? Hier kann man auch hoch, oder? Ja, ach cool. War ich, Moment, war ich da nicht gerade auf der Höhe? Ne. Hier war ich nicht. Gut, dann geh ich mal hier rüber. Und ich rechne fast immer damit, dass hier irgendwelche Sümpfe sind in der Gegend. Weil wir haben uns da, wir haben schon mehrfach damit rechnen müssen. Oder wir haben mehrfach auch nicht damit gerechnet, dass hier einfach mal ein Sumpf ist. Hier ist ein Schalter auf jeden Fall. Ich mach mal Licht. Denn wir haben ja Fackeln da, es ist ja kein Problem. So, rödel, rödel. Das Band bleibt trotzdem stehen. Vermutlich, aua. Na, nicht mit der Fackel schießen. Nein, die Waffen ziehen. Genau. Vermutlich ist da durch die Luke aufgegangen. Es wurde uns nicht angezeigt. Hier ist sonst auch nichts weiter, ne? Ne, auf dem Boden liegt nichts. Hier auch, äh, nicht. Nein. Seitdem da oben geht's noch irgendwo hin. Nein, geht's auch nicht. Dann, ich schau mich noch ein, äh, noch weiter hier oben um. Dann, ahaha, ein Blasrohr, Mann. Der auch, äh, mit seinem Blasrohr gut auf dem Boden liegen kann. Wer kennt ihn nicht? Das sind Qualitäten, die kann nicht jeder. Nicht jeder liegt so schön auf dem Boden. Und ist dabei so schön tot. Gut, äh, ist auch keine Sache, wo man unbedingt stolz drauf sein muss. Vor allem, wenn man tot ist. Ja, ne, also ich glaub, den meisten fällt's damit stolz sein ein wenig schwierig. Ist aber die Frage auch, wie lange man das geübt hat. Okay, die Luke ist offen. Na, also, ich sag mal, in dem Augenblick, äh, haben die Leute, die wiedergeboren werden, haben da Vorteile, weil die können öfter mal üben. Ähm, aber andere so normalos, die einfach immer nur einmal da sind und wenn sie halt nicht mehr da sind, dann sind sie weg. Das ist dann auch schon ein wenig zu viel des Guten. So. Das hat geklappt. Ne, die haben dann die Ziele leicht in kürzeren. Aber genug vom Sterben. Wir müssen leben. Ich könnte mal speichern. Das war wahrscheinlich die falsche Taste. Ja. Ich bin noch im F6 gleich Speichern Modus von anderen Spielen, weil das da öfter mal gerne der Fall ist. Nicht unbedingt F5, sondern gerne auch F6. Manchmal sogar F13, da soll man einfach nicht speichern. Kann ich da hinten rüber oder wie sieht das aus hier? Ach so, warte mal, hier kann ich doch bestimmt. Aha. Oh, oh. Ich bin runtergefallen. Ich muss mal eben laden. Ich hätte auch einfach, ähm, wieder zurückspielen können. Also zurückspielen in der Form, dass, oh, das nennt sich einfach nicht. Und nochmal hier hochlatsche. Dann hätte ich wieder die ganzen, die ganzen Leiter, die wieder hochklettern müssen. Ich mach das einfach mal so. Ne? Ich hoffe, das ist okay für euch mit dem Laden hier. Dass das hier ein wenig so wird. Ah, ha, ha. Ich muss weiter nach rechts wahrscheinlich. Damit ich weiter fallen kann. Damit ich weiter rutschen kann. Ich muss so lange rutschen, bis sie da, ähm, Dingens hier machen kann. Ha. Kann man da oben hin? Sollen wir das so hin? Das ist jetzt meine Frage hier. Hier die Big Question. Ich vermute es schon. Wahrscheinlich geht's ganz einfach, wenn man hier rüber springt. Oder? Ha. Oh, ja. Genau. Wunderbar. Also schön. Muss ich denn hier oben hin? Ich meine, da hinten ist auch noch eine Ebene. Aber ich hätte ja einfach nicht hier rüber kommen können, oder? Ich hätte wahrscheinlich über die Stacheln da hinten noch langlatschen können. Das ist ja die Frage, was man über dieses Haus hier machen soll. Was eigentlich hier passieren soll. Ah, noch jemand. Hallo. Hi. Na. Du bist aber ein gefährlicher junger Mann. Hallo. So. Da ist Feuer. Das ist mir zu viel, das Feuerigen. Wobei, ich schaue mir das gleich nochmal. Aha. Jetzt kann man hier rüber. Ich schaue mir das nochmal genauer an. Vielleicht kann man ja doch irgendwie. Vielleicht sind ja irgendwelche Muster, in denen es immer an und aus geht. Es wäre doch praktisch vorbei. Na, hier sind noch, hier sind noch. Ist es eine Plattform, die ausgeklappt wird? Ist es das, was uns dann hilft? Ich glaube nicht, dass hier irgendwie große Pausen passieren werden. Beim Gebrenne. Von daher machen wir erstmal diesen Umweg hier. Falls es ein Umweg sein sollte. Hepp. Jo. Da liegt doch was. Da liegen Harpunen, Munitionen. Und wie ich gesehen habe, oder wie ihr in den Kommentaren geschrieben habt, habe ich die Harpune, die es hier geben soll, erfolgreich übersehen. Hurra. Ich hoffe, man kriegt die später auch nochmal. Und irgendjemand anders schrieb auch, oder andere Leute, ich glaube sogar mehrere, schrieben auch, oder die haben das zumindest geliked. Das Geschriebene. Gaben den Tipp, dass ich doch mit Nevadan weitermachen sollte, nach dem ersten Teil. Weil aus Gründen, die nicht genannt wurden. Tja, hat leider nicht so ganz funktioniert. Ähm, weil, naja, wusste ich nicht. Letztendlich kann ich immer sagen, es muss ja immer irgendwie weitergehen. Wahrscheinlich wegen der Waffen, die man dort finden kann, dass die Waffe einem hier deutlich weiterhelfen könnte. Warum bin ich jetzt so runtergefallen? Wollte ich das? Nee, ne? Ich habe ja noch nichts da oben gemacht. Dann muss ich nochmal zurückgehen. Aber ich will jetzt nicht laden. Das will ich eigentlich ständig machen. Auf jeden Fall, Nevada, äh, ich weiß nicht genau warum. Wahrscheinlich, irgendwann werde ich dann sagen, wenn wir dort sind und wenn irgendwie die entscheidende Stelle gekommen ist, mit der entscheidenden Waffe, die man erfinden kann, oder sowas. Dass, äh, ich dann sage, ja, ach so, deswegen. Genau mit dieser Stimme. Aber ich sag mal, man kann es sich frei auswählen. Es wird also irgendwie mit allen Wegen hier funktionieren. Es sollte damit funktionieren. Ansonsten hätte das Spiel ein paar Probleme. Ein paar Designschwierigkeiten. Sag ich mal. Das muss ja hier von allen Seiten aus machbar sein. Das sind mal alle Wege, die man hat, auch, also, ne, die man sich direkt auswählen kann, dass man die auch alle hier direkt begehen kann. Muss ich denn komplett hier durchlatschen? Muss ich vielleicht hier oben irgendwas machen? Ist da hinten noch irgendwas versteckt? Da unten runterfallen ist einfach nur eine, ich nenne es mal Falle. Vermutlich. Da reinrutschen wäre aber auch höchst ungesund, oder? Ich glaube, das ist extra, damit man hier nicht langkommt. Oder, da hinten ist aber auch noch ein hochgelegtes Haus. Begehbar. Ich speichere mal. Ganz aus freien Zügen. Wenn man da runterrutscht. Ne, man lebt. Nicht gut, aber es geht. Oh, es geht. Tatsächlich. Das war dämlich. Laden. So. Reinspringen kann ich aber auch überhaupt nicht. Das ist gar nicht so einfach. Wie man hier quasi unbeschadet reinkommt. Man hat immer so eine gewisse Menge Schaden. Glaube ich. Da konnte ich relativ einfach rüber rennen. Ja, sehr gut. Ah, sehr schön. Hier gibt es dann einen Knopf oder so. Aha, okay. Damit kann er auf die andere Seite des Knopfes gehen. Hahaha, junger Mann. Hallo. Hi. Na? Ich mache jetzt auch Rausbesuche. Tja. Du bist zu deinem Sterbehaus eingeladen. Wunderbar. Es sieht schön. Ich meine, es ist ja alles aufgemalt hier. Aber es sieht trotzdem nett aus. Es ist echt ganz hübsch. Ich mag die Grafik des Spiels. Zumindest, ne, auch wenn man da hinten mal hinschauen mag. Oder mochte gerade mal eben in diesen paar Sekunden, wo man das sehen konnte. Es ist viel Geschummel. In Form, dass es keine wirkliche Weitsicht gibt. Aber geschummelt in richtigen Momenten, im richtigen Maße. Es ist alles sehr ordentlich gemacht. Also, ne, letztendlich, es geht immer darum. Es sind sowieso Computerspiele. Es sind virtuelle Welten. Es ist nix echt hier. Es geht immer um die Illusion, dass, ah, hahaha, dass Sachen so, so dargestellt werden, dass man glaubt, dass es so sein könnte. Das funktioniert hier ziemlich gut, finde ich. Es ist alles sehr stimmungsvoll. Die Level sind nicht sehr weitsichtig, aber, ne, deswegen brauchen die auch keine Brille tragen. Ähm, aber sie funktionieren. Halt dadurch, dass man sich denken kann, da geht's irgendwie weiter nach diesem ganzen Gestrüpp. Tut's aber überhaupt nicht. Der Himmel da hinten ist nur aufgemalt. Trotzdem gibt's Sonnenstrahlen. Es ist ziemlich nett gemacht, muss ich sagen. Ähm, und gefällt mir deutlich besser als im zweiten Teil. Auch hier allgemein so das Level-Design bisher. Es ist wirklich nicht schlecht. Um es mal freundlich zu sagen. So, kann ich da hoch? Jupp. Was ist denn hier für Geräusch? Das sind Fallen. Und noch ein Schalter. Ist ja herrlich. Ja gut, die Kämpfe gegen die Leute sind jetzt nicht unbedingt so die epischsten. Aber es passt schon. 14 kleine Medipacks. 4 große. Es ist noch okay. Es könnte deutlich schlimmer sein. Wahrscheinlich geht hier das Feuer an. Jupp. Ah, wie ist das so fies. Das ist... Ich hab... Ich hab gesagt, wahrscheinlich geht das Feuer an. Yeah, Disco. Aber doch nicht so, dass es wirklich so der Fall ist. Das ist ja gemein. Oh, ich brenne. Hi, hi. Ich meine, ich brenne auch sehr hübsch, ne? Also, wenn man es vergleicht mit dem Teil vorher, mit dem zweiten Teil oder mit dem ersten Teil. Es sieht schon auch, selbst wenn man verbrennt, selbst wenn man stirbt, sieht es netter aus. Weil die Grafik einfach hübscher ist. Hier durch die... Durch die Partikeleffekte. Durch die Transparenzen. Ist schon sehr nett gemacht. Und ich speichere einfach mal gleich noch mal spontan. Wenn ich den Kerl umgehauen habe. Da ist er. Hi. Na. Ich gehe einfach mal durch dich durch. Ja, genau. Da. Speichern. Wahrscheinlich hätte ich direkt das Medipack noch mitbenutzen sollen. Ich gehe... Hier vielleicht vorbei. Wir können ja immer noch sprinten. Oh, ja. Weggesprintet. Sehr gut. Es war knapp, aber es hat funktioniert. Ähm... Ja. Frage ist, was habe ich davon? Warum kann ich jetzt runter wieder? Ich glaube... Bin ich jetzt in einem anderen Bereich? Ich bin wieder am Anfang hier. In dem Dorfbereich am Anfang. Hätte ich da irgendwie rüber springen können? Wäre da was gewesen? Nein. Wäre es nicht. Hm... Unter Wasser vielleicht was geöffnet hier. Da war doch noch eine Falltür, oder nicht? Da war doch noch eine Falltür. Die hat sich geöffnet. Unfassbar. Vermutlich durch aktuelle Taten, die wir gerade gemacht haben. Ja, wenn es so ist, dann spring doch doch direkt mal rein. Es bietet sich ja an. Das war doch vorher sowas von verschlossen hier. Oh... Das war doch jetzt.